Eros Vlahos ist ein britischer Schauspieler und Comedian. Für seine Rolle in eine zauberhafte Nanny, Knallauffall in ein neues Abenteuer wurde er im Jahre 2011 für einen Young Artist Award in der Kategorie Best Performance in a Feature Film, Leading Young Actor, nominiert. Leben und Karriere Der in der britischen Hauptstadt London geborene Eros Vlahos begann seine Karriere als Schauspieler und Comedian bereits in jungen Jahren. Wobei er seine eigentliche Karriere als Komiker bereits im Jahre 2003 startete. Noch im Nachwuchsalter wurde er in den Comedy Club 4 Kids gebracht, der vor allem unter dem Jungkomiker James Campbell Bekanntheit erlangte. Vlahos, der noch in jungen Jahren eigene Comedienprogramme schrieb und mit diesen auch auftrat, war mehrjähriger Teilnehmer des Edinburgh Festival bzw. des Edinburgh Festival Fringe. So war er unter anderem im Jahr 2008 in einer rund 50-minütigen eigenen Show beim Festival im Einsatz. Des Weiteren hatte Vlahos eine eigene Comedy-Show im Radio London, wo er oftmals eingesetzt wurde. Auftritte hatte Vlahos unter anderem in dem Comedy Club At The Comedy Store sowie in den Clubs At The Big Chill House, Get Stuffed Comedy Club in Tring oder am Kimberley Festival. Mit dem Comedy Club 4 Kids hatte er auch Auftritte im Comedia Club in Breiten und im Soho Theater in London, sowie in den Theaterstädten Arts Theater, Willfield Theater und dem 2004 eröffneten Mania Chocolate Factory Theater. Seinen ersten Fernsehauftritt hatte er schließlich im Jahre 2005, nachdem er von Produzenten bei einem seiner Live-Auftritte entdeckt worden war. Dabei wurde er in der BBC-Show Blue Peter, der am längsten ausgestrahlten Kinderfernsehserie weltweit, eingesetzt. 2006 trat Vlahos am Red No Stay bei dem Special The Big Love an der Vicarage Rot auf dem Heimstadion des FC Watford. Danach töerte er durch Fußballstadien im ganzen Land und kam dabei auf eine Zuschauerzahl von etwa 250.000 Personen. Sein Debüt als Schauspieler in einer namhaften Produktion gab Vlahos bereits im Jahre 2007, als er in einer Folge der langjährigen Erfolgsserie Casualty eingesetzt wurde und noch im gleichen Jahr, als er selbst in einer Comedy-Ausgabe von CBBC Extra zu sehen war. Sein Filmdebüt gab er schließlich 2009 in dem Film Skellig, wo er in einer wesentlichen Rolle im Einsatz war. 2010 spielte er eine der Hauptrollen in dem Film Eine zauberhafte Nanny – Knallauffall in Ein neues Abenteuer, wobei er im Folgejahr für seine Rolle als Züri Grey für einen Young Artist Award in der Kategorie Best Performance in a Feature Film – Leading Young Actor nominiert wurde. Emma Thompson meinte dabei, dass man lange auf der Suche nach einem so lustig auftretenden Schauspieler war, Ehemann E. Ross Vlahos entdeckte. Weitere Auftritte im Jahre 2010 hatte er auch noch in dem Film Church Star, in dem er abermals in einer wesentlichen Rolle in Erscheinung trat. Und in der Fernsehserie Summer in Pennsylvania, in der er als Jake Farley in insgesamt vier Folgen zu sehen war. 2011 kam er auch in der wiederkehrenden Rolle des Pugs Boy in drei Episoden der Fernsehserie Episodes zum Einsatz. In den ersten beiden Staffeln der HBO-Fantasy-Serie Game of Thrones spielte er als Lommi Grünhand eine kurze Nebenrolle. Seit April 2013 hat er die Rolle des Nico Leonardo da Vinces Assistenten in der Historien-Serie Da Vinci's Demons inne. Filmografie Filmauftritte 2009 Skellig 2010 Eine zauberhafte Nanny – Knallauffall in Ein neues Abenteuer 2010 Touch Star 2012 Anna-Karin Inna Serienauftritte 2007 Casualty 2007 CBBC Extra als er selbst als Präsentator bzw. Moderator 2010 Summer in Transylvania Seit 2011 Episodes 2011 Game of Thrones Seit 2013 Da Vinci's Demons Nominierung 2011 Young Artist Award in der Kategorie Best Performance in a Feature Film Leading Young Actor Für sein Engagement in eine zauberhafte Nanny – Knall Auffall in Ein neues Abenteuer 2020 30 31 32 33 32 33 34